Was ist bösartige Hypothermie? Maligne Hypothermie ist eine häufige Rechtschreibfehler in Bezug auf maligne Hyperthermie, eine potenziell tödliche Gesundheitskrise, die entstehen kann, wenn ein chirurgischer Patient mit einer bestimmten Art genetischer Anomalie für eine Operation mit einer bestimmten Art von Anästhetikum vorbereitet wird. Die Verwendung einer falschen Klasse von Anästhetika kann aufgrund des genetischen Defekts eine lebensbedrohliche chemische Reaktion im Körper auslösen. MH kann auch auftreten, wenn ein Patient unter Muskeldystrophie nicht leiden kann, da der Beginn der MH mit einer Reaktion in den Skelettmuskeln beginnt. Die Anfälligkeit für MH ist genetisch vererbbar. Vorbeugende Maßnahmen können ergriffen werden, wenn die Behandler Kenntnis von einer MH-Vorgeschichte bei der Patientin oder ihrer Familie haben. Eine Genmutation bei MH-empfindlichen Patienten verursacht das Vorhandensein abnormaler Proteine in den Muskelzellen des Körpers. Obwohl es bei alltäglichen Aktivitäten im Allgemeinen ohne medizinische Bedenken ist, führt die Einführung bestimmter Anästhetika in das Skelettmuskelgewebe zu einer Freisetzung extrem hoher Calciumspiegel in den Muskelzellen. Dies lässt anhaltende Muskelkontraktionen aus, wodurch die Muskelzellen schnell absterben. Die daraus resultierende Freisetzung von Calium in den Blutkreislauf, wenn die Zellen absterben, verursacht eine schnelle Schädigung der Organsysteme des Körpers, einschließlich des Gehirns, und möglicherweise tödliches Organversagen. Es gibt mehr als 80 genetische Defakte, die mit maligner Hyperthermie verbunden sind. Es wurde festgestellt, dass die Anfälligkeit für MH in einem sogenannten autosomalen Dominanzmuster vererbt wird. Kinder und Geschwister einer für MH anfälligen Person hätten somit eine 50-prozentige Chance, einen Genderfakt zu erben, der sie auch für MH anfällig machen würde. Schätzungen bezüglich der Inzidenz von MH reichen von einer unter 65,000 Verabreichungen von Anästhetika bis zu einer unter 5,000. In den USA wird berichtet, dass im Mittleren Westen eine erhöhte Inzidenz von MH-Fällen vorliegt. Die spezifischen Anästhetika, die eine maligne Hyperthermie auslösen, wurden identifiziert. Sie sind eine Klasse von gasförmigen Anästhetika, die vor der Operation eingeatmet werden. Sie umfassen alle depolarisierenden Muskelrelaxanzin, insbesondere Succinicholin, bekannt als Anäktine, einen lehmenden Wirkstoff. Nicht-polarisierende Anästhetika wie Lachgas und bestimmte Betäubungsmittel und Barbiturate können als Alternative zu den Anästhetika verwendet werden, die eine MH-Bedrohung darstellen. Es ist wichtig, dass medizinische Dienstleister im Voraus wissen, ob ein Patient anfällig für MH ist, sodass vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden können. Eine genaue Häufigkeit von maligner Hyperthermie ist nicht bekannt. In den USA empfiehlt die Malignant Hyperthermie Association der USA, dass alle Angehörigen der MH-Familie den Anästhesisten vor einer Operation darüber informieren müssen. MH-Anfälligkeit kann auch beim nordamerikanischen Register von MHA US registriert werden.